So. Ja. Das kostet nicht viel. Also dafür ist das sehr cool. Jetzt überlegst du dir das auch mal. Ich kann es jedem empfehlen. Für 4 Euro machst du nichts falsch. Also. Hallo. 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 Oh mein Gott. Ah, da, da, da bist du. Okay. So, ich hab wieder richtig an. Ich dachte, ich war wieder weg. Ja, fühl ich. Fühl ich. Klinik, äh, kann leider nicht. Restricted, restricted, restricted Klinik. Klinik, wow. Also ich hab gerade von meinem Mann einfach eine Energy vorbeigebracht bekommen. Das ist auch sehr sozial, also Grafikeinstellungen davon sind krank hoch. Ernsthaft? Also ich würde das jetzt nicht als PC fordernd betiteln. Ist mein Stream eigentlich flüssig, Leute? Malzbier, also so die, die jetzt drin sind. Malzbier ist das Beste. Malzbier ist das Beste. Ich hatte, das Lustige ist, ich hab mir heute auch eins von Vita Malz geholt. Genau die gleiche Flasche und so. Das war wundervoll. 4. April. Dr. T. Walker. Die Aufnahme unseres neuesten Patienten heute Morgen war problematisch. Miss Molly Jackson wollte nicht kooperieren und musste sie dir werden, nachdem sie sich geweigert hatte, zu ihrer eigenen Sicherheit in einem Rollstuhl geschneit zu werden. Bei der Mehrheit unserer Patienten haben wir dieses Problem nicht. Als ich sie heute Abend während meiner Runden besuchte, bemerkte ich, dass ich versuchte, eine Ratte mit etwas zu essen aus der Kantine in ihr Zimmer hochzunehmen. Dr. Walker, ist das so gut. Okay. Also was ich auf der Map empfehle ist, dass wir gleich erstmal wirklich Schlüssel suchen gehen und die Türen öffnen, weil das ist hier so verwinkelt alles, dass das ziemlich schnell, ziemlich doof werden kann. Was? So hohe Empfehlungen, würde ich schon sagen. So hohe Anforderungen. Ja. So hohe Anforderungen. So hohe Anforderungen. So hohe Anforderungen. Miss Jackson hat sich sowohl körperlich als auch geistig weiter verschlechtert. Diese wurden extremer Psychose, massiver Gewichtsverlust. Gestern entdeckte die Bewerterin eine Ratte, deren Schwanz fehlte in der Tasche ihres Nachttennis. In den letzten vier Monaten konnte ich sie nicht dazu bringen, mir verbal zu antworten. Das einzige, was es von sich gibt. Was hast du denn für einen PC, Lucario? Kartoffelpizzi? Wo rennst du schon wieder hin? Nicht mal PC. Ein Gaming-Laptop? Heißt ja nicht immer was. Ein normaler. Was ist da drin verbaut, weißt du das? Er wird unseren geweihtigen Patienten nicht helfen und er ist uns ermöglicht, unseren Patienten weiterhin gestört auszuführen. Wenn man uns entdecken würde, würden wir gestoppt werden. Okay, Dr. Walker, gut. Äh, wir können unten noch was gucken. Wir wandern nicht fällig. Oh mein Gott, diese Kacke hier, dieser Strom. Guck mal da rein. Komm her, komm her. Guck mal da rein. Geh mal da rein. Ein Schlüssel. Greif dir mich an. Greif dir mich an. Oh! Oh. Weiß grad gar nicht, ob hier noch ne Tür aufging. Nee. Okay, Moment. Oh! Was ist hier jetzt los? Was ist das Sternleben? Nee, die Tür ist zugegangen. Nee. Gut. Okay. Seh ich nicht. Aus der Januar. Dr. T. Walker. Bei meinem Besuch ist Miss Jackson immer mehr von der Realität losgelöst. Sie reagiert selbst auf äußere Reize und bemerkt an, wie sie kam. Strum. In der Zeit, dass die Damenstexte in einer nicht wiedererkennbaren Sprache an die Wände ihres Zimmers befinden. Und das so Wort, Azazazazel kommt jedoch häufig vor. Azazazel sehen. Ich musste ihr den Zugang zum Gemeinschaft einsteigen, da sie die anderen Patienten bedrohte und dem sie rief, dass sie sie töten und sie zu Azazazel Zauberflug machen würden. Perfect. Nice. Jetzt können wir hoch. Azazazazaz. Azazazazaz. Es ist halt super verwinkelt hier. Also ich weiß nicht. Deswegen ist es halt hier am sinnvollsten erstmal zu gucken, wo die ganzen Schlüssel liegen. Gut, dass es nicht nur eine mit... Also jetzt hier rechts gehen wir... also können wir runtergehen. Feuer. Und hier ist es halt so, dass du Ratten suchen musst und die Elektroschocken... Was? Ja, du musst... ich zeig dir das gleich. Also wir starten das Ritual gleich noch nicht, weil das ist... das ist dann so tricky hier. Wir nehmen mal hier so eine... also wir brauchen diese... diese Fuses, diese Sicherung. Oh, okay. Ich glaube sogar, dass der Prozessor gar nicht das Problem wäre. Ich habe nämlich einen Ryzen 5 2600, glaube ich, oder so. Aber dass keine Grafikkarte vorhanden ist, wird problematisch. Ich habe die Ratten hier, da war so ein Mülleimer, habe ich schon sozusagen losgelassen. Also der da, der ist umgekippt und da waren Ratten drin. Was ist denn hier los? Hier kommen noch mehr Notizen. In der Bending Story. Okay. Okay. Ja, total freundlich, ne? Also ich meine, ich schmore auch immer irgendwelche Leute auf meinem Elektrostuhl oder so, also ich weiß ja nicht. Also eigentlich, Lucario, wenn auch Phasmo bei dir laufen sollte, dann sollte das hier auch laufen, weil ich habe zum Beispiel öfters mal Probleme mit Phasmo. Sie ist hier. Guck mal, sie hat da sexy Füße. Das bin ich. Das bist du. Ja, ähm, also rein theoretisch würden wir das Ritual damit starten, dass wir hier ne Sicherung reinhauen. So. Ich hab grad noch ne Füße gesehen. Und zuleide ich ja ein bisschen länger, aber das kann auch daran... Ja, das, das kann daran liegen. Also wie gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, die Bauer nicht läuft, äh, wenn Phasmo bei dir läuft. Oh, da ist noch ne, noch ne Sicherung, cool. 5000 Sicherung. Also, also, äh, wir müssen, komm mal mit. Wir müssen, äh, wir müssen, um das zu starten, das machen wir aber noch nicht, weil das wird sonst halt tricky. Wir müssen hier diese Sicherung hier reinpacken. Und, äh, dann können wir da hinten, da ist so ein Hebel, können wir die schmoren und dann startet das ganze Ritual gedöhnt. Ich grill die kaum? Ja, und, also, die, die steht dann nach auf, nach dem ersten Mal und dann müssen wir da Ratten drauflegen. Und die dann, äh, jedes Mal schmoren und da braucht man halt Sicherung für und, äh, ja. Ich finde Stoffspitzen. Ach ja, stimmt. Die gibt's ja auch noch. Das ist, ja, das ist, ähm, das ist, äh, wie mit den, genau, wie mit den Rosen. Also, wir starten das Ritual noch nicht, wir, wir suchen erst mal Schlüssel. Ich hab volles Haar im Auge. Oh nein. Auch ab dem Kuscheln. Die tut mir voll leid, äh. Ja. Ich identifiziere von sie, ich weiß, ich hab grad die. Das ist nicht gut. Erstmal beobachten. Ich hab die Kuscheln dahin. Oh geil, ich möchte auch. Und ne Hübsche. Boah, iiii. Ey, was haben die denn mit denn gemacht? Erstmal draufsetzen. Oh nein. Let's go. Erstmal Foto machen. Wir gehen dann mal nach oben und gucken erst mal nach Schlüsseln und so. Hier gibt's jetzt, hier kann das gar nicht passieren jetzt grad, ne? Ne, das ist halt ein bisschen anders als zu dem anderen, weil wir hier halt direkt durchs Haus laufen können. Und Sachen suchen können. Ähm, gibt es dort mehrere Schwierigkeitsgrade? Ja. Ähm, es gibt, meine ich, normal, das spielen wir jetzt. Ähm, schwer und Albtraum, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ähm. Aber ich hab halt bisher auch noch nichts groß, ähm, gespielt. Also, als normal. Okay, der... Das hier geht immer noch nicht. Wie sie oben redet. Hallo. Also, ich finde, für vier Euro ist das Spiel echt sehr, sehr gut gemacht. Ich bin hinter dir. Ich guck hier gerade rum nach Schlüsseln. Aber irgendwie find ich keinen. Ja, genau, Rattenfutter. Ja, warum haben wir denn noch gar keinen Schlüssel, ey? Das ist voll doof. Das reicht mir, dass mir zu viel nicht springen. Doch, ich kann. Ah! Kann man dadurch sterben? Also, es wäre ja realistisch, wenn man einen Schaden kriegen würde, ne? Parcours! Wow! Okay, da war ich schon drin. Äh, ach so, noch so eine Sicherung. Ja, genau. Aber irgendwie hier unten, da hab ich das Gefühl, ist nichts mehr. Boah, ist das unangenehm. Was für Geräusche! Was denn diese Brise? Warum, warum finden wir keine Schlüssel? Bin ich doof? Weiß es noch nicht. Sucht mich gleich bestimmt und, und, und kriegt Panik, weil sie mich nicht findet. Ich höre sie mal so ganz kurz. Hallo? Wie ich sie immer so ganz, ganz kurz höre. Und dann wieder nicht. Bist du? Hier, einfach eins höher wieder. Aber nee, da waren wir ja schon. Oder müssen wir das doch starten? Aber das könnte ich mir gar nicht vorstellen, irgendwie. Wo bist du? Hallo? Hallo, Basti. Na? Wie geht's dir? Die Bim ist kein Geist. Ich, 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 ich suche, ich suche hier die Moon Moon. Ah, wo bist du? Ah, wo bist du? Okay, hier können wir auch noch nicht rein. Ich bin ja so confused. Oder müssen wir das doch starten? Hallo? Mal gleich gucken, ob ich sie irgendwo sehe. Kann man die Tür öffnen? Moon Moon! Ja, äh, ich hab das alleine gespielt. Äh, deswegen fand ich das dann so, naja, ne, wie man dann solche Spiele halt findet. Oh, Moon Moon! Wo bist du? Ich glaub, wir haben uns verlaufen. Moon Moon! Wo bist du? Oh mein Gott. Ihr seid zu fünft. Das ist doch, äh, sehr solide für so ein Spiel. Moon Moon! Ah, ich hör dich! Oh mein Gott, wo bist du? Oh nein, jetzt hör ich sie nicht mehr. Wo bist du? Mach mal Piep! Bist du oben? Oder bist du unten? Ach, du bist unten! Ich seh dich! Hallo! Hast du diesen gruseligen Schrei hier gerade alle gehört? Nee, tatsächlich nicht. Äh, aber du hast auch keinen Schlüssel gefunden, oder? Da müssen wir vielleicht das Spiel doch starten dafür. Also, weil ich, äh, konnte jetzt auch nichts öffnen oder so. Ist das vielleicht ein Wack? Nee, nee, kann auch sein. Also, wir, wir sind das letzte Mal ja auch direkt reingestartet. Deswegen, ähm, kann's natürlich wirklich sein, dass, dass man das Spiel ja starten muss und vorher noch gar nicht die Schlüssel finden kann. Ach das? Ach das meinst du? Ach, das anmachen? Ja, ja, machen wir das einfach mal. Brutzeln wir sie mal. Hä? Wann der gerade auch nicht? Hast du mich verloren? Hier. Ah, okay. Ja gut, dann, äh, hm. Ja gut, dann kann's mal verlieben. Was passiert jetzt? Nicht viel. Oh lol. Hahaha. Das war nicht der Plan. Hahaha. Das war absolut nicht der Plan. Es tut mir so leid. Oh nein. Okay. Ich hab mich voll verjagt gerade. Oh nein. Ey, guck mal, wir haben schon fünf Sicherungen hier liegen. Voll gut, Mann. Das ist der Tod ever. Vielen Dank. Ja, das war echt gut. Aber theoretisch könnten wir ja schon eine da reinpacken. Da. Dann? Was hab ich gemacht? Ja, du hast halt Strom angemacht. Und, ähm, wenn wir jetzt ne... Ja, das ist okay. Wenn wir jetzt ne Ratte finden, also die müssen wir mit diesen Schüsseln da anlocken, so wie das halt mit dem Heu bei den Ziegen war. Ja, die hatte ich schon gefunden. Ähm, dann, ähm, bringen wir die hier runter und brutzeln die. Ja, die hat uns jetzt gerade was? Oh? Also werden wir jetzt mal was gejagt vielleicht? Äh, ja. Äh, der Molly. Ach, Molly. Ach, Molly. Oh, hier ist ein Schlüssel jetzt. Weiß nicht, ob der da schon vorher war. Ich glaub nicht. Aber, äh, wenn ja, dann, hm, weiß ich auch nicht. Ähm. Das war wie dieses Always-Neme. Wow. Oh, wow. Oh, mein Gott. Ja, jetzt kommen nämlich diese Viecher aus den, ähm, ne? Hallo, grüne Perle. Grüß dich. Wie geht's dir? Schön, dass du auch reinschaltest. Oh, mein Gott. Oh, sie steht neben mir. Sie ist da. Molly. Nervenzusammenbrot des Tages. Oi. Wie geht Molly denn? Äh, nee. Okay, tschüss. Oh, Mann. Okay, äh, warte mal, wo war die Küche? Ah, da, guck mal, hier ist schon eine Schale. Nehmen wir die mal mit. Eine gute Strategie war, das alles zusammenzuhalten. Aber wahrscheinlich schon, denke ich schon. Ah. Haben wir gut vor. Wir haben eine Tasche noch, ist anders. Dankeschön. Ja, die Wauer ist, äh, eine Sache für sich. Also, ich bin jetzt bei, ich, ich hab, äh, drei, äh, zwei Schlüssel und ich hab auch Rattenfutter. Ähm, ich bin jetzt bei meiner dritten Runde. Dritten Runde? Ne, vierten Runde. Vierte Runde, ja. Ähm. Und, und, die Moon Moon Shine, die ist, äh, in ihrer zweiten Runde. Aber, äh, ich, ich fühl mich nicht wie ein Pro. Ich hab nur die Runde. Also, wir haben jetzt zwei Schlüssel. Wir müssen mal gucken. Ich glaub, das waren Schlüsse für ganz unten. Aber wir können mal gucken, ob hier vielleicht noch was liegt. Oh, wow. Ja, den hab ich. Oh, hier ist ne, hier ist ne Ratte. Oh, komm, komm. Ha. Okay, das... Ha, ha. Äh, Leute, was war das? Oh, oh, oh. Äh, was, was war das? War sie da schon? Ich kann's mir nicht vorstellen. Okay. Ich, ich weiß es nicht. Ich hab jetzt Rattel. Oh mein Gott. Hast du mich erschreckt? Einfach so. Aber die ganzen... Einfach das ganze Gameplay hier schreien. Kein Problem. So. Such mal mal die nächste noch. Soll ich nicht Rattel entfüllen? Äh, ja, 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 ich hab das Futter. Äh, ich würd noch ne zweite suchen, damit wir die sofort hintereinander verbrennen können. Mal gucken, wo noch eine ist. Ich, ich... Ah, ja, es gibt noch irgendwie einen Gang nach unten. Noch einen anderen, meine ich. Ähm, da... Ich hab nämlich, meine ich, für unten einen Schlüssel, wenn ich mich nicht irre. Ich, ich weiß es nicht. Kann sein. Stimmt. Ja, 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 du kannst sie schon auf dem Stuhl legen. Du darfst nur den Schalter dann nicht betätigen. Okay. Komm ich mal mit, links, hier. Ach, fast richtig. Guck mal, Pippe. Ach, gut. Guter Tipp. So, weil dann müssen wir gleich nur einmal anschalten. Und du kannst direkt dann auch was anderes nochmal mitnehmen. Also... Ach, sitz. Genau. Und jetzt sitzt sie da. Hallo, kleine Ratte. Guck mal. Boah, die ist schon... Die ist schon groß, ne? Ja, du sollst dich aber nicht auf die Ratte draufsetzen. Was, was, was machst du denn da? Hallo? Stethoskop an. Jetzt bist du nicht wie der Doktor. Guck mal. Nee, das ist so eine Elektroschop-Dingung. Alles gut. Stethoskop, äh? Ja. Und dann, und dann hast du die Verkabelung gesehen und dachtest dir, ach nee. Ach, meine Nase juckt so. Was ist denn das? Stress jucken hier. Oh, Mann. Nee, aber... Ich schaffst du schon nicht wieder dabei zu sterben. Ich bin da nicht drauf. Ich fühle mit dir. So, jetzt müssen wir gucken. Ähm, hier gibt's auf jeden Fall noch nen Runtergang. Ich glaub, der ist aber da vorne. Oh, wo war der denn? Bin so verwirrt. Ah, der ist hier. Auf der anderen Seite sozusagen. Äh, wo bist du? She's gone. Magical disappeared. Hallo? Wo bist du? Wo bist du hin? Hallo? Hallo? Auf einmal ist sie einfach Magical disappeared. Äh, wo bist du? Oh. Aber, aber... Ah, guck mal. Jetzt laufe ich hier alleine rum. Ich will das gar nicht. Hallo? Hallo? Wo bist du? Ah, da! Komm her! Komm her! Komm her! Ist so... Wo bist du hin? So. Hier können wir runter. Hier ist das nämlich, meine ich. Ich hoffe, dass sie nicht hier unten ist. Oder? War das jetzt hier? Ja, doch. Ich glaube schon. Ja, guck mal. Oh, da ist er! Da ist der Ratte! Warte, ich kann mal gucken, ob ich das aufkriege. Ja, weil ich den Schlüssel habe. Ja, ich bin hier der Pro. Achso, mehr ist hier gar nicht, oder was? Oh, da ist noch ein Schlüssel! Wartens Quartier. Okay. Gibt es hier noch andere Räume, die man jetzt öffnen kann? Ne, hier geht es wieder hoch. Ähm. Vielleicht kriegen wir ja hier noch Türen auf. Verhandlungszimmer. Also, also, sie... Okay, hier gibt es nix mehr. Gibt es hier keine Ratte mehr? So. Das ist gut. Das ist gut. Dann gehen wir jetzt hoch und verbrennen zumindest die ersten zwei schon mal. Leichenhalle. Hier ist ja gar nicht so. Ne, das ist der Weg nach oben, wo wir herkamen. Aber wenn die gleich hier um die Ecke kommt, ne, dann bin ich aber weg, ne? Ich weiß auch gerade gar nicht, wo sie ist, weil auf einmal ist sie so einfach gar nicht vorhanden. Als wäre sie aber irgendwo hingegangen. Dankeschön für deinen Lurk, ohne Perle. Oh, guck mal. Da schwingt die ab. Ich höre irgendwo was. Also, ich, ich... Ne, das sehe ich aber jetzt nicht so. So. Hey! Du mutierst danach auch dazu. Okay. So, jetzt, ähm, einmal so. So, und jetzt macht die Sicherung rein. Macht die Sicherung rein. Da, genau. Und wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier noch fünf, vier Sicherungen. Fünf Sicherungen. Okay. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt ist sie wieder aggro. Also, so wie, 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 äh, im, im ersten Haus. Sie kann auch runterkommen. Also, sie kann. Ja, sie kann auch hier runterkommen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, mein Gott. Ey! Ich hab noch was im Rachen, entschuldige. Ach so. Ah, da hinten läuft sie. Also, da, da hinten im Gang. Die kommt jetzt, glaub ich, auf uns zu. Ach so, ja, gut. Oh, da kommt ja noch einer. Okay. Einmal drum rumlaufen. Renn! Renn um dein Leben! Du schaffst das! Ich renn hinter euch her! Oh, nein! Oh, scheiße! Nein, sie können mich trotzdem! Okay, okay. Puh. Okay. Hä? Okay. Hä? 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 Was macht sie denn? Ja, ich geh doch um den Keller aus. Was war denn jetzt ihre Ambitionen dahinter? Das war echt zu nah. Das war viel zu nah. Also, dann müssen wir jetzt weiter Ratten suchen. Ich hol mal Essen. Warte. Also, hier hinten ist Essen, ne? So, oben? Nee. Oh, hinter dir, hinter dir! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sterbe einfach. Oh mein Gott. Ah! Oh, die! No! Okay, okay, okay. Wir gehen hoch. Und suchen weiter. Oh mein Hund gekillt, ey. Oh nein, warum? Was hat er gemacht? Und jetzt wird sich ein Kabel verfangen und das war natürlich Prio Nummer 1. Oh nein! Weil sie wollte raus und dann hat sie es geschafft, sich noch fast mit meinem Handykabel zu sprachen. Oh nein! Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Guck mal, hier hast du noch Essen. No, no, no. So. Ah. Das war echt gerade voll knapp. Vor allem, da war die eine... Ja. Ja, Gott sei Dank habe ich das gesehen. Also. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Geht's nach oben? Gucken wir mal oben. Oh, die Tür geht sogar auf. Wow. Oh, hier ist ein Schlüssel. Das Behandlungszimmer, das ist ganz unten, toll. Wow. Nice. Ich kann das nicht nur benutzen, wenn sie die Hand nach euch ausstreckt oder sie ja, wenn sie betreut, kann das sein, sie locker lässt. Manchmal bekommt sie dann aber rote Augen und dann kann man nur noch versuchen zu laufen. Okay. Okay. Okay, okay. Einverständlich. Irgendwas wispert hier, glaube ich. Das bin ich. Okay. Das ist gruselig. Äh, was ist denn das für ein ekelhafter Raum? Erstmal Stresskacka. Stressschiss. Ja, das dachte ich mir halt auch. Boah, iiih. Äh, sie ist, glaube ich, hier irgendwo. Oh, sie kommt! Geh aus dem Raum raus! Ich bin eingesperrt. Schnell! Sie kommt! Ja, ist total widerlich. Oh nein. Hier kommen wir nicht rein. Das heißt, wir müssen wieder runterspringen. Tschüss, Molly. Wii U. Skill. Jetzt müssen wir ja eh runter, ne? Fürs Behandlungszimmer. War das nicht ganz unten, das? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ach, da ist so ein... Wie die es versuchen. Ja, 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 ja. Stimmt. Ich habe letztens schon so gedacht. Irgendwie kommen die mir bekannt vor. Toll, du bist gestorben, Luca. Oh nein. Warte, stehen los, aber das ist nicht los. Hier. Den Keller. Die Sicherung. Äh, ja, wir haben noch keine. Wir haben noch keine Ratte. So. Ja, aber die Sicherung. Hier? Nein. Ich glaube doch, der... Hier. Hier, hier, hier. Hier ist auch eine Ratte drin. Ich habe keinen Food da. Aber ich. So. Gibt es hier noch einen Schlüssel? Oder so? Hier gibt es noch mal Food da und noch eine Sicherung. Boah! Noch mehr Ratten. Oh mein Gott. Aber irgendwie keine weiteren Schlüssel? Wie belastend ist das denn? Haben wir irgendwas übersehen? Haben wir irgendwas bestimmt übersehen? Ich gucke noch mal hier durch. Ja, mach dich. Okay, irgendwie nicht, ne? Das war der Teufel. Das ist ja doof. Hier ist der richtige Kipp nach 9. Okay, ich höre irgendwas Ekelhafte. Oh mein Gott. Lol. Der ist einfach komplett aus seinem Stuhl. Oh, da kommt noch einer. Das finde ich aber nicht freundlich. So, dann bringen wir die auf jeden Fall schon mal runter. Suchen dann aber gleich erstmal noch... Wo bist du? Moderne Kunst. Engel, Teufel. Zui riecht nach Magie. Dankeschön, Nick. Danke. 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 Der Teufel ist oben der Engelzirne. Wieso Kunst-Exkurs beendet? Gehen wir mal weiter. Ah, okay. Das ist die Frage. Er wollte sagen, ich mag Züge. Ich mag Züge. So, dann packen wir... Ach ja, wir haben ja... Die Sicherung kannst du auf den Boden schmeißen mit, oder? Ah, nee, gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Alles gut. Aber wir suchen jetzt erstmal nochmal weitere Ratten, würde ich sagen. Ratten? Ja. Weil, wenn wir das jetzt aktivieren, dann haben wir halt wieder... Halligalli. Ja. Immer eine Ratte auf Tasche haben. Sie ist etwas leise im Vergleich. Also, bei mir ist der Sound so laut auf den Ohren. Ich verstehe gar nicht, warum das Spiel so leise im Stream ist. Ja, an sich bist du voll laut für mich. Aber es ist halt irgendwie total komisch heute im Stream. Weiß noch nicht. Aber ich hab das bei Discord, nicht beim normalen Spielsau. Ich geh mal hier in die Küche und hol mal hier Essen. Ich hab gehört, hier gibt's viele Ratten. Ich glaube, da müsste sogar noch mehr drin sein. Das finde ich aber nicht in Ordnung jetzt, dass sie auf einmal aggro ist. Aber sie... Komm, du links, ich rechts, komm. Es steht noch durch, er zieht. Kommt sie dann auch? Ja. Merk schon. Ich baue meine Nase jetzt auf. Wo ist sie denn? Hier findest du auf jeden Fall noch mehr Essen. Oh, lecker. Ja, so schön vergammelte... Danke für die Spiel. Äh, das Spiel... Äh, welches? Das hier, die Bauer oder welches? Oder, oder... Ich bin... Achso, nee, State of Mind, ne? Hallo, ich höre sie doch. Die kommen bestimmt von oben. Ja, da kommt sie. Oh, oh, sie hat rote Augen, Ren. Wo kommt sie? Kommt sie hinter dir her? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ach, da, sie rennt da hinten rum. Hier ist eine Maus. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Ich hab auch... Warte. Ich hab schon hingelegt. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich hätte auch gerne wieder irgendein Nagetier, ey. So, dann suchen wir noch... Dann suchen wir auf jeden... Oh, dahinter dir ist eine Ratte. Hier, guck mal. Also da, auf dem Boden. Einfach hinschmeißen, genau. Das ist meine Klinge. Achtung! Okay, jetzt ist sie aber entspannt. Okay, nimm die Ratte, nimm die Ratte. So, und dann können wir wegbringen. Ne, ich glaub, sie geht weg. Aber irgendwo haben wir hier so'n... So'n Rollstuhl. Nick, hast du denn mit State of Mind schon angefangen? Ich juckt so, ey. Was juckt bei dir? Hier. Hier, hier, hier. Ich hab mich grad wie so'n Nage an der Nage. Das ist auch total lustig. Wenn man so gestresst ist durch solche Spiele oder so, da so gruselig... ähm, oder so gegruselt ist, dann fängt alles an zu jucken. Immer. So, dann machen wir auf jeden Fall Nummer 1 schon mal an. Und dann leg mal... Kannst du direkt drauflegen. Oh, scheiße! Ich hab die eine verloren! Nein! Ich bin so dumm! Äh, ich hab die, äh, eine verloren. Aber, äh... Ja, wir können schon direkt starten. Okay, dann, äh... haben wir die fünfte leider gerade verloren, aber die wuselt hier unten dann rum, glaub ich. Sie ist, äh, ambitioniert. Okay. Ja. Weißt du Bescheid, ne? So. Dann haben wir fürs nächste Mal auf jeden Fall hier schon mal was, ähm... Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz so sage. Immer so in mir lebt. Ah, guck mal, da, da läuft die Ratte. Ratte? Na, du kleinst... Oh, jetzt fängt's wieder an zu regnen. Ist nicht gut. Nee. Wir müssen auch aufpassen, die kommt gleich bestimmt auf uns zugerannt. Wenn du das spielst, sag ich mal. Ja. Äh. Such ne Suppe. Da ist ne Suppe. Achtung. Sie kommt. Komm. Von wo? Böse. Laub. Ich laufe da, wo ich komme. Oder auch nicht. Okay, ich hab ne weitere Ratte. Ja, wo ist sie denn? Ich hab da nen Splitter oder so. Ich darf vielleicht welchen Splitter. Alles klar, Nick. Ach, von hinten kommt so ein... Was? Wie schnell ist die denn? Ja, okay. Okay. Hast du sie schon einmal geblendet? Oh, oh. Oh, nein! Ich hol dich! Wo läuft sie lang? Wo läuft sie lang? Da vorne. Äh, äh, lol. Sie so... Oh mein Gott! Okay, ich muss einmal kurz rumrennen. Ähm. Gucke, dass ich zu dir komme. Ich komme. Oh, das Rattenfutter. Oh, leu. Nicht weg. Nicht weggehen. Oh. Okay, perfekt. So, Rattenfutter. Wow, die Augen waren hier nach dem zweiten Mal grillen oder so. Immer noch Brot, ey. Schlüssel gefunden. Oh, ja, perfekt. Oh, östliches Wohnheim. Das war, glaube ich, unten irgendwo. Ach, ich liess jetzt erst. Ja, wenn Scavengers ansteht, meld dich. Ja, easy. Oh, guck mal. Hier kann ich auch nochmal... Ja, die eine habe ich jetzt, ähm, tatsächlich verloren. Die eine... Eine Dings. Ja, dann nimm die. Das ist die, die ich verloren habe wahrscheinlich. Du willst es doch auch. Gucken, ob ich hier vielleicht irgendwo noch eine neue Ratte finde. Ratte? Wo bist du? Nicht hier. Tuk, 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 tuk. Äh, wo bist du? Oben? Oh. Ah! Oh mein Gott, lol. Ist das oben? Okay, tschüss. Jetzt muss ich erstmal suchen gehen. Aber das Haus ist so riesig. Sie ist aber auch ganz schön schnell geworden. Sie ist irgendwie nicht mehr so entspannt wie vorher. Oh, ich höre dich. Warte mal. Bist du... Oh, da ist sie schon wieder. Ich kotze. Ah, da bist du. Hier ist eine Ratte. Ah, okay. Ja, wir haben ja hier direkt die Küche direkt nebendran. Da kannst du dir neues Essen holen. Ja, aber wir haben ja relativ viele Sicherungen unten liegen. Also das ist gerade nicht so relevant. Genau. So. Oben? Okay. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die wuselt die ganze Zeit oben rum. Das ist okay. Boah, ist das laut. Okay, hier ist irgendwie nix. Parkour erst mal rumspringen. War das nicht hier irgendwo? Ich habe keinen Kompass dabei. Ich habe keinen Kompass dabei. Ich glaube, das... Aber guck mal, die ist voll schnell geworden irgendwie jetzt. Oh nein. Oh nein. Wir rennen. Ich stelle mich hier hin. Dann haben wir nämlich eine gute Position. Achtung, sie kommt. Okay, du gehst runter. Und ich gucke, ob sie zu mir kommt. Oh, fuck. Ich sehe nichts. Oh, ist das laut. Ups. Ich gehe mal zu einem... Ich gehe mal zu einem First Aid Kit. Aber Achtung, die ist super fast irgendwie. Wie ist die so schnell? Achtung, die ist aber super schnell, ne? Wir sollten erst mal ein bisschen weiter weg gehen. Ich weiß nicht, warum die auf einmal so schnell ist. Oh nein. Nein, geh erst mal weg. Geh erst mal weg. Okay, okay, okay. Jetzt kannst du. Jetzt ist sie weggegangen. Oh, lol, ey. Oh nein, ich hatte ja auch ne, 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 Dings, ne, ne, ähm, Ratte, ja. Wie doof. Die ist, glaube ich, ganz oben, ne? Wir waren ganz oben, glaube ich. Ich hole mal neues Essen kurz. So. Ich habe neues Essen. Mir ist ein Licht aufgegangen. Wir können weiter. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Ich fühle mich erleuchtet. Wo war diese doofe Ratte? Wo war die Ratte, ey? Ach, lol, ey. Noch ne Batterie. Oh, hier ist ne Ratte. Oh, hier ist ne Ratte. Hier ist ne Ratte. Oh, hier weint irgendwas. Okay, das war creepy. Oh, hier hat irgendwas geweint. Das war ich. Weine. Ähm, okay. Jetzt müssen wir nur noch eine andere finden. Oh, oh, oh. Die sind auch schnell da. Das ist, äh, voll wusselig, wie schnell die Uhren sind. Äh, so. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch ne Ratte. Guck mal, da ist noch einer im Rollstuhl. Nein! Da vorne. Sie kommt. Sie kommt. Aber von der falschen Seite. Von hinten, von hinten! Okay, renn. Okay. Wir haben es. Okay, okay, okay. Huh. Oh, hier ist... Oh, nein! Ich bin so doof! Oh, Mann! Ich dachte... Oh, nein, was? Oh, nein, wie doof! So, hier sind zwei Ratten. Wo ist sie hin? Wir schreien nach Durst, die immer. Wo ist sie hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich suche dir ein Matpack oder du guckst mal, wo du vielleicht eins siehst. Hier, 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 in die Richtung, in die ich krabbel. Da in dem Nebenraum. Hier? Oh, da. Ach, da. Ja, oh, perfekt. Oh, vom Schreien muss ich echt viel sagen. Oh, ja, das ist echt heftig, ne? Wie trocken der Rachen wird. Ähm, ich, ähm, hab oben zwei Ratten gesehen und zwei Schälchen hingestellt. Also, aber ein bisschen abseits von denen. Okay. Wieso? Warte, da vorne ist eine Ratte. Und da müsste, äh, da weiter hinten noch eine sein. Okay. So, also, hier irgendwo, glaube ich. Und ich möchte nicht irre. Wo war das denn? Hier. Hier, hier, hier. Hier, wo bist du? Komm her. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Oh, Mann. Komm. Das ist da vorne. Hier ist nämlich, äh, noch eine Schale und eine, eine Ratte da vorne. Da musst du einmal die Schale aufnehmen und, 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 und dann gehen wir runter und machen jetzt erst mal die nächsten, ey. Na, komm. Na. Oh, wie süß die einfach sind. Ich will die eigentlich gar nicht opfern. So, dann gehen wir jetzt runter und hoffen, dass wir das überstehen. Ich hab sowieso nachher keine Stimme mehr, ne? Morgen total heiser. Ja, ich hab noch nie so viel geschrieben, glaube ich, in dem Spielen. Das, das Spiel ist auch echt heftig. Also, ich, ich weiß nicht, das haben die so gut gemacht, obwohl es so einfach ist. Also, so einfach gehalten. Ja. Also, der Rassengekabrennen, desto schneller wird sie und so, desto schneller zu spenden. Heitig und nötig nach einer Zeit. Oh, okay. Okay, okay. Okay, Nummer eins. Okay. Ich hab's ja gegrillt, einfach voll auf. Nee, bleib da einfach stehen. Bleib da einfach stehen. Ah. Okay, pack drauf. Und bleib da. Ah, okay. Ah, die ist bestimmt da irgendwo in der Nähe. Ich, ich weiß es nicht. Ich will das nicht. Sie kommt, glaube ich, oder? Oh, Limo. Ah! Ah! Das war unexpected. Oh mein Gott, was sind das für Geräusche, äh. Äh, was, was räuchelt denn die ganze Zeit hier so? Ist sie das? Ah! Lauf, 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 lauf! Lauf, lauf, lauf! Renn um dein Leben! Ich, ich weiß es nicht. Die sind echt schnell hier. Mittlerweile ist das nicht mehr cool. Nee, sie ist noch aggro. Wo ist sie? Oh nein. Oh nein. Bist du wieder tot? Oh nein. Hallo, Käfer. Hallo, Käfer. Oh, ich such, ich, ich, ich such dir einmal dein, äh, dein Medipack. Ich glaube, da hinten müsste eins gewesen sein. Oh nein. Komma! Ja, und, und wie fandest du das? Oh, ich bin da. Oh Gott. Okay, okay. Oh, wir müssen, ich glaube, wir, wir müssen zusammenbleiben. So ein bisschen. Ja, ja. Du bist da, aber so kennt man dich ja. Ja, wobei, das geht tatsächlich bei dem Game. Woher kommt sie? Ich weiß nicht, woher sie kommt. Oh, Leute, ey. Das ist so, das ist so heftig, ey. Oh, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Geh weg. Ich, ich gucke, dass ich nach unten zu dir komme. Das Spiel ist wirklich fies. Ich habe ein Medkit unten gesehen. Ich komme mal runter. Ich komme mal runter. Oh, da hast du schon eins. Oh, da hast du schon eins. Okay. 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 Oh mein Gott. Okay. Sie war so nah auf einmal. Das habe ich nicht, nicht expected hier. Das freut mich auf jeden Fall, dass du die guckst. Das freut mich sehr. Aber, ja, schön, dass du auf jeden Fall da warst und kurz Bescheid gegeben hast. So. Okay, ich habe... Nach unten, nach unten, nach unten. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ich will das nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Sie ist so schnell. Oh mein Gott. Dankeschön. Dir auch und deiner kleinen Familie. Ich bring die, ich bring die einmal kurz runter. Bin gleich bei dir. Ein Kuss geht raus. Ah, Kuss geht raus, zurück natürlich. Oh mein Gott, das Game, äh. It makes me fertig hier. Äh, Rossi, da hinten. Oh, das könnte jetzt tricky werden. Ich darf jetzt nicht verkacken. Komme. Bin auf dem Weg. Bist du bei einem Mad Kid? Ah, ich habe eins. Rossi. Okay. Oh mein Gott. Äh, unten liegt schon eine Ratte. Wir können jetzt schon, äh, die nächsten sammeln. Okay, okay, okay. Ich, äh, gehe in die Küche einmal. Oh mein Gott. Oh, diese Kackviecher, äh. Oh, diese Kackviecher, äh. Willst du mich? Das finde ich nicht lustig hier. Ich will das nicht. Wir stehen einfach nur so da. Not again. Ich weiß aber nicht, ob sie von vorne kommt. Nee, auch nicht. Oder ob sie von hinten. Durchrush. Du guck hier und du guckst bei Amanda. Ja. Wie cool. Ah, okay. Patrick. Meine Stimmbänder sind echt kein Fan von diesem Spiel. Nee, ich, ich wette, ähm, meine, meine Stimmbänder danken mir, dass da morgen, ich hab sowieso immer so ne, ne Stimme, die gerne versagt. Oh, hier ist, hier ist Stoff. An der Ecke. Voice Crack. Gut, dass ich morgen nicht streamen muss. Gut, dass ich alles für YouTube erst mal. Erst mal so in den Bildschirmen so pft. Oh, ich glaub, sie kommt. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ich glaub, von meinem Gang. Hä, sie, sie rennt da die ganze Zeit rum? Hä? Da hinten rennt sie. Ich will das nicht. Hallo? Sind sie hier? Ich, ich weiß nicht. Sie war gerade hier noch und ist hier so, vielleicht ist sie hochgerannt. Also ich hör sie aber auch nicht, ne? Oh, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ich bin zu langsam, lauf. Okay, renn. Huch. Oh nein. Ich suche direkt mal ein Midi-Pack. Hier irgendwo. Aber bald haben wir keine Midi-Packs mehr. Sie hat dich runtergebracht. Oh nein. Oh! Oh mein Gott. Wo geht sie lang? Geht sie hier hoch? Sie kommt hier hin? Ach so. Ach, ein Rolli. Ja, ich hab schon einen. Den können wir mal mit... Dann nehmen wir den hier mal hoch. Also mit nach oben. und gehen da direkt erstmal ein bisschen was suchen. Oh Gott, ist das gruselig, ey. Kackt mir ja schon ein bisschen in die Buchse, so zwischendurch, ne? Und so, erstmal, erstmal wieder Essen suchen. Ach nein. Ach, deine Mama stinkt doch. Nee. Nee. Es ist unacceptable. Ich will das nicht. Tschüss. Das find ich nicht nett. Wo bist du? Ah, da vorne. Bäh. Okay, ich bin bei dir. Sie ist so schnell, sie ist so schnell. Okay, wir müssen sofort losrennen. Okay. Wo ist sie? Sie ist hier, glaub ich. Nee. Oh mein Gott. Oh, diese Fenster. Alles explodiert hier. Oh, scheiße. Wo ist sie denn? Sie kommt? Irgendwo? Hä? Ich bin ready fürs Sprengen. Du, du gehst erst mal durch, wo du nicht kommst. Nee. Jetzt kommt sie, sie kommt. Okay. Oder nicht? Ich hab auch noch andere Sachen mit. Hä? Oh nein! Ich hol dich! Oh, bringt sie dich. Oh, lol. Was ist hier los? Warum sind hier so viele? Suche einen, einen Madpack. Ich, ich komme mit einem Madpack. Oh, hier ist noch eine. Oh nein, hier ist Molly. Wow. Oh nein. Oh mein Gott. Ich komme zu dir. Oh nein, ich kann nicht zu dir kommen. Ah. Wie kam man denn nach oben? Oh, sie ist hier. Ich weiß nicht, wie ich zu dir kommen kann. Wie komme ich denn da noch mal hoch? Ach da, lol. Okay. Aber ich kann hochkommen. Ich, ich komme. Oh, lol. Oh nein. Aua, aua, aua. Oh nein. Wir sterben. Nein. Wir sterben, nein. Nein. Ich kann es nicht töten. Scheiße. Oh je, ey. Oh. Eww. Erstmal, ähm, uns hier einschließen. Eww. 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 Eww.